So, Hallihallo Hallöchen und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wither'n Waves. Nach dem Standardgeruckel des Startens wird es hoffentlich ohne Probleme weitergehen. Ja, immer so, wenn man startet. So, ich hoffe, jetzt hat er sich dann gleich gefangen. Krukelt noch ein bisschen. Aber wenn ich oben rechts so schaue, verbindungstechnisch sieht es eigentlich gut aus. So, da ist sie auch schon. Oh, den kenne ich doch, den habe ich auch. Also, Yang Yang. Wie läuft das? Wie wäre es mit, äh, Cynthia? Also, mit dem er gerade, mit dem sie gerade redet. Dieser Verdächtige. Oh, das ist klar, der fühlt sich ja auch. Ah, ha. Die beiden haben schon eine gewisse Chemie zwischeneinander. Oh, das ist ja auch. Also, ich hoffe, dass du einen Ah, das ist ein Kind, der Mann. Das ist ein Kind, der von der Welt ist. Und jetzt. Das ist das, was wir mit dem Sternen getrennt haben. Das ist ein Kind, der der Erde, der Welt, der Welt, der Welt. Ah, ich mach das ernst. Was ist das? Ein Mädchen mit pinken Haaren? Die mit pinken Haaren können wir glaube ich auch schon, kann es sein. Was ist das? Hat die einen Schwesternkomplex oder was ist mit der Kleinen? Die ist, also nicht die, die kleine pinkhaarige ist auch so ein legendärer Charakter, genauso wie die aus dem Standardbanner. Dachte sie wäre ein kleines Nikolain wegen diesen Zipfelchen, aber das ist nur die Haarfrisort. Enkore heißt die also. Oder Anko, so könnte man es auch aussprechen. Ähm, du klingst sehr verdächtig für mich. Ähm, du klingst. 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 Du klingst. Du klingst. Du klingst. Wissen? Wie, du klingst. Hat ihn das? ich mache es auch hinterher Sekunde Ich gehe noch schnell zum Souvenirladen 14 habe ich nur, Wahnsinn Da ist wieder sein Schatten oder seine Nebelgestalt Das ist klar Oh, ich guckee Da vorne steht der Arbau. Wohin willst du dieses Mal fliehen? Fragen wir das mal. Dass ich alleine bin, okay? Naja. 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 Soll ich dir was erzählen? Aha, wir sind beide von den schwarzen Küsten. Ah-hah. dass ich war da kimi die leute warum sollte ich hier vertrauen Tja, alles klar. Stimmt, da ist die Hose von dem hier. Wo hat sie aber ihre Hose? Beziehungsweise ihr Blümchen? Er hat seine ja hier. Was für eine Pose? Wird bei mir nicht funktionieren. Ah, tschüss. Ja, sie kommen vom schwarzen Küsten. Sie haben mir diese schwarze Blume gegeben. Ähm, ich habe mit ihnen einen Deal gemacht. Wird. schwarze blumen eventuell aufgelistet so jetzt müssen wir 2000 meter weiter südlich wie es aussieht und perfekt hab schon teleporter freigeschaltet dann ist ja die reise nicht mehr allzu weit gefallene skravo es regnet 54 haben die level hier ich will doch das da mitnehmen wenn wir schon mal da sind hier hier Das war's für heute. Dann haben wir jetzt gleich noch eine tägliche Quest mit angenommen. So, dann haben wir die jetzt auch aus dem Leben gescharrt. Und wieder eine tägliche Mission erledigt. So, jetzt können wir mit Alto und Enko reden. Moin. Ähm, welche Art von Geschichten hast du gehört? Ja, lass uns einfach gehen. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, wir haben alle Black Shore-Sauer-Sauer-Sauer-Sauer-Sauer-Sauer-Sauer-Sauer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok Kann ich eigentlich Stufenaufstieg wieder machen? Einfach so? Ja könnte ich Ok Oh bei ihr fehlen bloß noch diese Blumen Kommune Taiyuan Steht denn das da gerade irgendwo zufälligerweise drauf? Also es müsste dort sein wo ich eigentlich nicht so viel gelaufen bin Da ich nur eine Blume davon geformt habe Das will ich mal noch nebenbei machen Wie viel haben wir denn? 22 Minuten Dann ist noch ein bisschen Welterkundung dabei Das ist Zitronengraus Wie heißt die Pflanze? Ah diese Pockblume von dem mal geredet wurde Das ist Perlenblatt Zitronengras Vielleicht irgendwo da unten bei den Feldern Da das da Das ist die Pockblume Und ich kriege hier sogar noch die Kiste Das ist die Pflanze Das ist die Pflanze Hier sind nochmal zwei Da ist eine Zwei sogar wieder Und wie viel brauche ich? Eine noch Klippenblume war das aber Was und das? Ah diese Bitterbeeren Das ist einfach nur blau Sehr viel Zitronengras Da sind nochmal zwei So dann fällt jetzt bloß noch das da Das sammeln wir auch noch ein paar Stück Und dann können wir diese Synthesized wieder starten Das ist einfach nur noch Das ist auch sehr Und dann müsste ich in dem Fall von meinen Charaktern die Echos noch ein bisschen upgraden damit sie dessen auch wieder ein bisschen stärker werden Ich finde das mit dem Schild von ihr ganz geil So das waren die Dorftrottel Es sind auch hier ein paar Dorftrottel die noch strecken und dann machen wir das Synthesize System Und dann können wir Rover auf Stufe 60 upgraden Und dann können wir in der nächsten Folge noch Ruhe weitermachen Während ich dann zwischen den Folgen die Charakter noch mal ein bisschen anpasse Stimmt wie sieht es eigentlich mit der Waffe aus? Kann ich die schon aufsteigen? Ne noch nicht, schade Kann ich bestimmt Synthesize machen Dann in dem Fall noch ein bisschen Sphärenentfaltung machen Stufe 60 kann ich jetzt sogar machen Aber ich bleib mal bei Stufe 50 Habe ja nicht so viel ähm Habe zum einen ja kein Geld für Stufenaufstieg Und zum anderen Habe ich noch nicht die Materialien eigentlich dafür Ich frage mich ob ich die Stufe auch wieder runter stellen kann So wie bei Genshin beispielsweise So das war die Geschichte Dann starte ich gleich nochmal eins So, ich kriege sogar al sowas Huch Eines 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 Ich Der Lai läuft einfach mal rein. So, das müsste die Geschichte gewesen sein. Weißt du was, der Klatsch hier auch noch schnell. Ich hoffe ich überlebt es. Da bin ich ins kalte Nass geflogen. So, jetzt schnell weg hier. Weil hier haben wir Hitze. Kann ich schon die Waffe so hochstufen? Noch nicht ganz. Und mich selber auch noch nicht. Dann geht es jetzt zur Synthesized Ceremonie. Hier zu neben da. Dann wird unsere Black Rover als erstes Stufe 60. Also, wir brauchen einmal das hier, wenn ich das richtig gesehen habe. Und diese kostbaren Dinger. Und dann war es glaube ich das. Da kann das sein. Oder das da im Blau. Ich mach mal 20. Also, ich kann aufsteigen, das ist gut. Oh, für Stufe 60 reicht es um Welten nicht. Lila. Und man sieht, ich habe nur 91.000. Das ist gar nichts hier. Also, ich brauche das Lila nicht. Hier. Vier Stück habe ich gesehen. Ich mache sechs. Dann kann ich die Waffe auch hochstufen. Da müsste es doch besser funktionieren. Guck, jetzt habe ich schon kein Geld mehr. So eine Kacke. Oder Münzen müsste man ja eher sagen. Gibt es eigentlich nicht irgendwie was, wo man Münzen farmen kann. Simulationstraining. Oh, tatsächlich. Nice. Da kann ich auch EEP Dinger da farmen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, das mache ich dann privat. Ich lasse euch von alleine. Tschüsskowski, bis zur nächsten Folge. Und da machen wir dann mit der Story weiter. Tschüssi.